Der Dorsten-Podcast. Die Woche. Präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank. Hallo und herzlich willkommen. Am Mikrofon spricht Sabrina Zupiol. Das beeindruckende Ergebnis des 24-Stunden-Laufs im Bürgerpark von Dorsten steht fest. 943 Läuferinnen und Läufer absolvierten 12.063 Kilometer. Das entspricht einer Distanz von Dorsten fast bis zu den philippinischen Inseln. Bereits zum fünften Mal liegt nun die Broschüre Wegweiserin für Frauen und Mädchen in Dorsten vor. Die Wegweiserin enthält viele Informationen sowie Adressen von Beratungsstellen, Institutionen, Organisationen und Vereinen, die besonders für Frauen und Mädchen in Dorsten hilfreich sind. Zu bekommen ist sie im Bürgerbüro, an der Information- und in der Gleichstellungsstelle im Rathaus und auch in der Stadtagentur, der Stadtbibliothek sowie der VHS. Zudem gibt es unter dorsten.de eine PDF-Version. Nach zwei Jahren intensiver Gespräche haben die St. Augustinus Gelsenkirchen GmbH und die Katholisches Klinikum Ruhrgebiet Nord GmbH ihre Fusion vollzogen. Die neue Einheit trägt den Namen Kern-Katholische Einrichtungen Ruhrgebiet Nord GmbH. Drei wichtige Brücken für Fußgänger und Radfahrer lässt das Tiefbauamt der Stadt Dorsten in den kommenden Monaten sanieren. Zunächst werden die Fuß- und Radwegbrücken über den Wittenberger Damm zwischen Braunfelderallee und Robinsonplatz sowie zwischen Buchenhöfen und Dimkerallee saniert. Anschließend die Hohenkampbrücke zwischen Holsterhausen und Maria Lindenhof. Die Straße am Holzplatz in Hervest wird zwischen Kreisverkehr und Ärztehaus saniert und für voraussichtlich sechs Monate voll gesperrt. Die Zufahrt zum Ärztehaus ist während der Arbeiten nur noch über die Haltener Straße möglich. Dort wird eine Ein- und Ausfahrt nahe der Eisenbahnunterführung geschaffen und mit einer Ampel geregelt. Der Förderverein der Kita St. Matthäus ist stolz darauf, dem Kindergarten 50 leuchtende Warnwesten übergeben zu können. Diese Westen stellen sicher, dass die Kinder bei Ausflügen besser sichtbar sind und somit sicherer unterwegs sein können. Ein herzliches Dankeschön geht an das Autohaus Borgmann, welches die Neongelben Westen großzügig gesponsert hat. Am 20. August ist wieder Heidetag in der Westrupper Heide. Besucher können die Heide durch geführte Wanderungen erkunden und ihre beeindruckende Flora und Fauna entdecken. Für Kinder gibt es ein buntes Programm mit Bastelaktionen und speziellen Touren. Zudem wird es einen regionalen Markt geben. Der Dorsten-Podcast wurde Ihnen präsentiert von Ihrer Vereinten Volksbank.